Mit viel Glauben und Vertrauen. Ich will erfolgreich sein, aber es ist sehr wichtig für mich authentisch zu sein. Deshalb muss ich in Englisch in der Beginnung sprechen. Aber vielleicht in ein, zwei Monaten bin ich ein bisschen besser in Deutsch. Ich kann alles in Deutsch machen, aber jetzt ist es sehr wichtig für mich authentisch zu sein. Und auch in Englisch sprechen mit meinen Spielern, weil es der wichtigste ist. Die müssen mich glauben und Vertrauen haben. Ich freue mich, in Mainz zu sein. Dann haben wir vollstes Verständnis, wenn du dann weiter auf Englisch antwortest, auch in der Pressekonferenz auf Englisch antwortest. Und ich glaube, mit der Mannschaft dann auch auf Englisch sprichst, machen wir das hier auch mal. Aber du verstehst Deutsch sehr gut, du sprichst auch ein bisschen, haben wir gerade gehört. Aber dann gerne weiter auf Englisch. Erklär doch mal, wie lässt du denn Fußball spielen? Welche Prinzipien verfolgst du? Der wichtigste Punkt, für mich ist das Angelegenheit. Wir wollen mich vert hormones, wir wollen fangen, wir wollen fangen, wir wollen fangen, wir wollen fangen. Wir wollen fangen, wir wollen fangen, wir wollen fangen, richtig gut kommen, in der Sinne von fangen und Vertrauen. Aber sich natürlich fühlt man fangen, es sei denn, wie wollen wir fangen, fangen oder fangen. Wir müssen eine gute Fangen, wir müssen aufbauen, wir müssen fangen, haben ein guter Ganz fest. Wir müssen müssen die Fangen stecken, wir müssen in den Fangen und abmüpten. Wir, natürlich, möchten die Ball haben, aber das ist nicht die wichtigste Sache. Die wichtigste Sache ist es zu gewinnen. Ich glaube in hartes Arbeit. Ich glaube in die Spieler, die alles tun für sich. Ich glaube in die Kultur. Ich glaube in die Team. Und natürlich, tactischerweise. Es ist wirklich...